Ich bin da mal auf die Hände Ich habe die Kamera falsch genommen Scheiße, musst du den Helm noch mal abnehmen Ne, das geht jetzt los Ich habe die Kamera nach hinten montiert Das ist glaube ich Ich glaube das war nicht so Aber vielleicht ist das cool Ich fahre vorne und super fit, dann müsste er her Probieren wir das mal Vor allen Dingen Rolf Dann kannst du den Abstand selber bestimmen Untertitelung im Auftrag des ZDF 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018